Hallo, das sind vier. Heute gibt es eine weitere Folge Karriere nach der Karriere. Und zwar geht es heute um einen Torwart, der eine Webseite gegründet hat, und zwar goplay.com. Und welcher Torwart konnte es sein? Niemand geringeres als... John, nein, als der Zitane Oliver Kahn, dreifacher Welttorhüter. Er hat alles gewonnen, außer die Weltmeisterschaft, hat er alles gewonnen. Und ja, er, euer Oliver Kahn, hat halt diese Seite ins Leben gerufen, um nicht Torwerten, sondern Torspielern, wie er es gezeichnet, beim Spiel weiterzuhelfen. Und ja, was ist der Unterschied zwischen Torwart und Torspieler? Ein Torwart war früher, und jetzt ist es ein Torspieler, denn der Torwart muss ja mit ins Spielmeer eingebunden werden, so wie ein Spieler halt. Und deshalb ist der Torspieler, oder Goalplayer im Englischen. Und die Oliver Kahn bietet nicht nur Tutorials und Tipps und Tricks, wie man das so kennt von so Tutorials, an, sondern er hat halt auch mit seiner jahrelangen Erfahrung Torwart-Handschuhe kreiert, die optimal sein sollen, angeblich. Mit hier oben auf den Fingern soll sogar noch so eine Belüftung sein. Da ist immer so Strom drin und dann läuft damit so eine Filteranlage, damit das auch alles schön riecht. Und ja, in den Videos, da sind halt Videos auf dieser Seite, die kann man sich halt angucken. Und ja, da wird das halt erklärt, wie man den Ball fangen soll mit diesem Dreieck-Technik, wie man richtig faustet. Dafür sind übrigens bei dem Torwart-Handschuhe auch irgendwelche Dinge für die besten Faust-Aktionen. Und ja, das, was auch gut ist, man kann das auch auf dem Sportplatz machen, denn die ganze Seite gibt es auch als App zum Download für zu Hause, auswärts, wenn man gerade mal keinen Computer am Start hat. Dann kann man das auch mit dem Handy, Tablet oder Computer machen, wenn man ihn mitnimmt. Und ja, der Link zu der Seite ist in der Beschreibung und für alle Handy-Gucker auch der Link zu der App für Android und Apple. Und ja, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt in der Beschreibung all die Playlists mit den anderen Karrieren nach der Karriere-Videos ab. Und tschüss.